I walked into the room dripping in gold Servus Leute, Alomo hier und willkommen zur finalen Folge, bzw. Woche 8 Nein, Woche 8, wir sind Woche 8, vorletzte Woche, genau, vorletzte Woche Wir haben noch zwei Wochen zu spielen, neun Wochen hat die, das sehe ich hier Geht noch nicht ganz vor Oh, der war schön Genau richtig getimed Wir spielen gegen was, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, die hier stehen Leider nicht Aber ihr habt es ja am Anfang sicherlich gesehen Ansonsten könnte er ja nochmal hinspringen Hau, das Ding da rüber, hau, das Ding da rein Nein, 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 nein Schade, schade, schade Verde Verdammt Leute, 0-1 hinten nach 35 Sekunden gespielt Kein guter Start. Ihr wisst, wir müssen gewinnen, damit wir noch eine Chance in der Season haben. Da rüber, dann da rüber. Jawohl, kommt jetzt meine Chance. Meine Chance, meine Chance und ich habe sie genutzt. Wunderschöner Konter. Nur 7 Sekunden. Es waren 7 Sekunden, nein, es waren 13 Sekunden nach dem Anstoß. Es waren nur 7 Sekunden. Bei 25 hatte er das Tor geschossen, bei 18 habe ich mein Tor geschossen. Also 7 Sekunden nach Anstoß haben wir den Ausgleich geschafft. Ey, lass das! Komm, 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 komm. Und rein da! Wunderschön, Leute! So will ich das sehen. Da wärst du zu spät, was wir jetzt machen wollen. Der Ball wäre so oder so reingegangen. 2-1, Leute, 2-1. 1-1. Wow! Was? Ein Epic Save allerdings, ey. Der war schon mit so mehr als der Hälfte über der Linie, ey. Oh, wow. Komm, jetzt nochmal. Komm, nochmal Epic Save. Ein Epic Goal? Oh, okay. Ein Epic Fail vielleicht. Nein, kein Epic Save. Nein, 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 nein. Schade. Nein, nicht nichts. Mach jetzt gut was? Nicht gut. Nein, 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 nein. Ich glaube, mit dir hackt's. Und die Putze auf die eigene Hälfte raus. Nö, wo kommst du jetzt her? Oh, 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 oh. Ah, verdammt, ich verfehle den Ball. Aber er legt mir wunderschön vor. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Gott. Deiner geht nicht rein, du machst den auch nicht rein. Nein, ich glaube. Also eigentlich die Führung finde ich es mir egal, wenn wir den Ball hier hin und her spielen. Balla. Da hatte ich den Rückwärts dann leicht überschätzt. Jawoll. Schön vorbei. Gut. Jetzt kommt wieder raus aus der Ecke. Jetzt gehen wir mal nach. Schade. Komm. Und... Er geht wieder vorbei. Nee, 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 nee. Oh, 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 nein! Das hat er jetzt nicht wirklich getan. Mann. Wow, ey. Er spielt ihn tatsächlich aus dem Winkel da rein. Über die Bande sogar noch. Typischer Bot eben. 2-2, eine Minute 13 noch zu spielen. Ich will nicht ins Golden Goal müssen. Jawoll, komm, komm, komm. Ach du... Ach du... Das gibt's doch nicht, ey. Was ist das für ein Typ, ey? Manuel Neuer oder was? Nein, was tue ich? Was tue ich? Was habe ich getan? Oh mein Gott. Ich hätte nur nach oben springen müssen. Stattdessen springe ich nach vorne. Oh, nö! Warum kommt jetzt hier zum Anschluß? Warum muss dieser scheiß Krackball jedes mal vor meinem Auto liegen bleiben? Das gibt's nicht dieser Typ! Ein Gott im Tor, Mann! Oh Mann, Leute, ich will nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Zehn Sekunden noch Zeit für einen Angriff. Nicht, wenn der Ballin in meinem Torraum ist. Oh Gott. Oh Gott, komm, komm, geht rein. Nein, nein, nein. Oh Mann, Leute. Schade, schade. Ich habe eine Kronen freigeschaltet. Vielen Dank. Damit bin ich wohl König der Herzen oder sowas. Wir haben verloren. Noch ist die Liga nicht ganz abgeschrieben. Eine einzige Woche bleibt uns noch. In der Woche spielen wir gegen Rebels. Das sind die, die 3 zu 5 stehen. Also damit am Ende der Tabelle. Das ist vermutlich unsere beste Chance, noch nach oben zu kommen. Aber ihr seht es. Platz 3 bis 8 stehen alle. 4 zu 4. Das heißt, die haben alle mit dem Sieg die Chance, in den oberen Bereich der Tabelle zu kommen. Und genau das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir werden alles, was wir haben, geben, dass wir in der entscheidenden Woche in die Entscheidungsspiele kommen. Und wenn ihr sehen wollt, wie es ausgeht, dann schaltet wieder ein. Wenn es heißt Rocket League Season. Und in diesem Sinne, haut rein. Euer Alobo. Wir lesen. Wir lesen.